Im Grunde habe ich das Buch erstmal für mich geschrieben, weil ich so gemerkt habe, dass die gesamten Erfahrungen, die ich so gesammelt habe mit Klienten, so vielfältig sind, dass ich eine Ordnung da reinbringen wollte. Und das zusammenbringen wollte mit dem, was ich systemisch gelernt hatte, um einfach für mich auch so einen kleinen Fahrplan zu entwickeln, wie kann das gut funktionieren in der Beratung oder in der Therapie. Und dann habe ich mir überlegt, dass es eben diese drei Phänomene gibt, die derzeit bei der Internetabhängigkeit besonders massiv auftreten. Einmal eben die Computerspielsucht, die Online-Sexsucht und die Online-Kommunikationssucht. Und dann habe ich geschaut, welche systemischen Methoden sind jeweils gut anwendbar auf diese Bereiche. Habe das dann so ein bisschen sortiert, habe daraus dann entsprechende Methoden entwickelt, die unterlegt sind mit Arbeitsblättern und zum Teil mit Übersichten, sodass man auch als Berater das gut mal so neben sich legen kann, um dann für sich so einen kleinen Fahrplan zu haben, ohne dass es dogmatisch benutzt werden muss, sondern einfach nur, dass man sehr entspannt in eine Beratung geht und sich sagen kann, gut, an der Stelle könnte ich noch mal ein bisschen weiter nachfragen. Also die drei Arten unterscheiden sich definitiv. Also einmal in der Intention, also wie komme ich in eine dieser Süchte, als auch in der methodischen Verfahrensweise, wie gehe ich damit um, also als Berater oder Therapeut. Das ist definitiv so. Da könnte man tatsächlich dann auch noch mal unterscheiden, welche Altersgruppen vielleicht eher betroffen sind. Also bei Computerspielsucht ist es tatsächlich eher männlich. Das ist Verhältnis so 9 zu 1, sagt die Forschung. Und das spiegelt sich auch in den Beratungsstellen wieder. Dort ist es klientiert auch eher jünger. Bei Online-Sex-Sucht ist es eher älter, also ich sage mal zwischen 40 und 65. Auch eher männlich, genau. Mit Online-Kommunikationssucht eher weiblich und da auch wieder eher jünger. Um wirklich internetabhängig zu werden, kann man verschiedene Zugänge wählen, sage ich jetzt mal. Also man kann einerseits so eine Leidenschaft haben, wie das viele Computerspieler haben, die einfach nicht merken, wie man diese Leidenschaft hinüberschwingt in eine Sucht. Erst in eine exzessive Nutzung und dann in eine Abhängigkeit. Das wäre so ein möglicher Zugang. Ein anderer Zugang ist, was ich oft bei den Online-Sex-Süchtigen beobachtet habe, dass großer Stress versucht wird abzubauen, eben über eine sehr schnell handhabbare Möglichkeit, sich sehr massiv abzulenken und aus dem Alltagsgeschehen herauszuziehen. Das gelingt mit dem Pornokonsum offensichtlich sehr gut. Das wäre so ein zweiter möglicher Zugang. Und ansonsten kann es auch passieren, dass, wie das in der Gesellschaft heute etabliert ist, doch eine sehr umfangreiche Mediennutzung einfach sich ausweitet und alle Bereiche des Alltags so mit einnimmt, dass ich auch gar nicht mehr das Gefühl habe, dass ich für etwas anderes noch Zeit habe. Und dann kann sich auch das zu einer Sucht ausweiten. Ich glaube, es ist immer dann der Zeitpunkt, wirklich sehr vorrichtig zu werden, wenn man spürt, dass die anderen Dinge, die einem bis dahin wichtig waren, immer weniger wichtig werden. Das fängt an bei Freunden. Gerade bei Jugendlichen ist es eben ganz wichtig, immer zu schauen, bediene ich jetzt nur noch meine Freunde über den Bildschirm oder bin ich noch in der Lage und habe ich auch Lust darauf, mich mit ihnen zu treffen, was zu unternehmen, ohne dass das eben ausschließlich virtuell geschieht. andere Dinge, wenn Familie keine Rolle mehr spielt, wenn auch die Zukunft keine Rolle mehr spielt, wenn ich über nichts mehr nachdenke außer dem, was ich im Internet erleben kann. Dann, glaube ich, ist so eine Grenze erreicht, bei der man vorsichtig werden muss. Also es gibt so ein paar explizite Beratungsstellen im Bundesgebiet. Es sind noch nicht so viele, also ungefähr zehn. Eine davon ist die in Schwerin. Und es gibt einen Fachverband Medienabhängigkeit. Über den sind also sämtliche Kliniken, Beratungsstellen auch recherchierbar. Und dann ist immer ein guter Anlaufpunkt die Landesstellen. Also jedes Land hat ja eine Landesstelle für Sucht. Und da kann man nachfragen, wer sich mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn jemand zu mir kommt, dann hat er ja schon die Idee davon, dass irgendwas nicht optimal läuft. Und dann können wir schauen, okay, wofür tust du das, was du tust im Internet? Und dann gibt es eine Chance zu sagen, gibt es dafür Alternativen? Und wie lassen die sich wieder gut erfahrbar machen? Also ich konstruiere dann gerne so Erlebensexperimente mit dem Klienten, die nach Möglichkeit ganz klein anfangen, dass er wirklich sich nicht überfordert fühlt. Da in der Regel über Jahre eben diese soziale Erfahrung fehlt. Die haben sich also so zurückgezogen. In ihr Zimmer gehen wirklich ein- bis zweimal die Woche nur dann raus, wenn sie auch wissen, dass in den Supermärkten nicht mehr viel los ist, weil sie es kaum ertragen, in sozialen Kontakt zu treten. Und dann müssen wir eben klein anfangen und schauen, dass wir diese Kontakterfahrung wieder aufbauen. Da ist das Gespräch mit mir ja auch schon eine Möglichkeit, weil ich kann ihm auch spiegeln, wie ich ihn erlebe. Und das kann er dann auch in anderen Kontexten testen. Also so fangen wir an und dann versuchen wir natürlich gleichzeitig bestimmte Bereiche wieder aufzubauen, die eben über die Jahre weggebrochen sind. Das ist so im Grunde dieser ganz grobe therapeutische Fahrplan. Und der ist aber individuell so unterschiedlich, weil es eben darum geht erstmal zu schauen, wie ist das Ganze entstanden, wie hat es sich entwickelt, welche Ängste, welche Befürchtungen liegen zugrunde, welche Entwicklungsaufgaben stehen eigentlich an, die nicht bewältigt wurden. Auch das sind oft Gründe, warum man in eine Sucht rutscht und wie kann ich das eben gut kompensieren. Es ist wichtig, glaube ich, gesellschaftlich stark zu unterscheiden. Diskutiert man tatsächlich über das Abhängigkeitsproblem oder diskutiert man über das gesellschaftliche Phänomen der Mediennutzung, die ja, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückschauen würden, sich natürlich immer weiter in die früheren Jahre auch verlegt. Also Kinder fangen heute an, eben mit neun oder zehn Zugang zu Medien zu bekommen. Und das nimmt immer mehr Raum ein. Ja, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, was aber unabhängig von einer Abhängigkeitsdiskussion geführt werden kann. Und welche Wirkung diese gesellschaftliche Akzeptanz des exzessiven Medienkonsums hat, das glaube ich, ist eine wichtige Diskussion, die geführt werden muss, die müsste aber unabhängig vom Pathologisieren geführt werden. Da sollte man also immer deutlich trennen. Und dass es tatsächlich eine Sucht ist, das ist mittlerweile auch international soweit anerkannt. Also im DSM-5, der jetzt letzten Jahres erschienen ist, ist die Internet-Spielabhängigkeit auch benannt. Im Kapitel Verhaltenssüchte, da gibt es so einen Anhang und da taucht sie auf. Das ist schon mal ein großer Schritt und wir hoffen, dass dann mit der Revision des ICD-10 auch in diesem Klassifikationsmanual diese Abhängigkeit eingehen wird. Das ist so ein Anspruch, den das Buch hat, dass einerseits nochmal so zu den Grundlagen was gesagt wird, dass so ein bisschen versucht wird zu erforschen, okay, wo könnten die Intentionen liegen, die Bedingungen, die eine Entwicklung zu einer Sucht begünstigen. Also so eine Art Spurensuche. Da kann man sich auch, also unabhängig, ob man jetzt Berater oder Therapeut ist, auch kundig machen, wo man sagt, okay, ich habe in irgendeiner Form mit diesem Feld zu tun. Sei es im Jugendamt, sei es als Pädagoge, sei es auch als Elternteil oder Betroffener selbst. Und dann ist es tatsächlich so, dass jeder Berater, jeder Therapeut relativ ohne großen Aufwand einsteigen kann in das Thema, weil er ein paar Grundlagen bekommt, allgemeine Hinweise zum systemischen Setting, was aus meiner Sicht günstig ist für dieses Phänomen und bis hin zu sehr dezidierten Methoden, die ihm unterlegt sind mit Interventionskarten, mit Arbeitsblättern, mit Übersichten zu bestimmten Dingen, sodass man da wirklich gut dann in die Arbeit zu diesem Thema gehen kann. Im Grunde ist es ein Arbeitsbuch, was es ermöglicht, relativ unaufwendig sich dem Thema zuzuwenden und auch beraterisch in der Form tätig zu sein.